Nicht angepasste Geschwindigkeit war Ursache für einen Verkehrsunfall am vergangenen Freitag bei Ortrand. An der Autobahnabfahrt Richtung Sachsen war ein Pkw mit ausländischem Kennzeichen gegen 14 Uhr links von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr über die grasbewachsene Mittelinsel und stieß an der gegenüberliegenden Auffahrt frontal in den Unterfahrschutz eines Lkw. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Anschlussstelle Ortrand in Fahrtrichtung Dresden wurde während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Untertitelung des ZDF, 2020